Ende von Wegen. Wir haben eine Überraschung. Der Kobold, der geht um. In einer schicksalsschweren Nacht schlichen finstere Gestalten durch den Wald vor Amadeus' Hütte. Der soll sich nur blicken lassen, dieser Schuft. Ich dachte, die Kobolder putzen jetzt. Not bad. Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Fortsetzung, Trine 3. Lass mich euch eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen, denen wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten, kehrten unsere drei tapferen Helden von ihrer Reise zurück. Amadeus, Pontius und Soja, die Helden des Trine, kehrten nach langer und beschwerlicher Reise endlich wieder in die Heimat zurück. Prost. Danke. Tut mir leid. Und Pontius, man ahnt es, sehnte sich nach einem großen Festmahl. Wird, die Helden sind zurück. Und sie haben Durst. Ich muss nach Hause zu Margaret. Ich habe genug erlebt. Ich habe genug von Drachen. Ganz schön leer hier. Wo sind denn alle? Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen haben. Mal sehen. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir haben die Kürbisse gerettet. Kobolde! Kobolde vor den Mauern! Versteckt eure Kinder! Und weiter geht's. Ich beschütze euch. Oh, warte so. Oh, ich beschütze dich. Oh, ihr könntet den raus. Lumi ist natürlich wieder sehr geistreich unterwegs. Lumi tut genau die nach oben zaubern und dann in den Weg zaubern, die man töten will. Kann ich doch nicht ahnen, was du anbissierst. Naja, du hast ihn eh in den Weg gezaubert, den du schon in der Schwebe hattest, damit ich dann eh einen treffen konnte, der dahinter war. Also nicht treffen konnte. Ja, ja, meck, meck. Bringst du schon runter? So, wo geht's die weiter? Na, na, na! Ich wollte doch mal eine Tasse Tee und frische Kleider. Sozusagen hier. Das geht ja immer nach rechts. Würde ich auch sagen. Aber ich glaube nicht nach oben, dass ich in dem Fall ein Fenster raus. Aber mit Köpfchen arbeiten. Und nicht gegen das Köpfchen. Okay, das ist auch eine Option. Einfach erst mal. Götz da, ich bin nur Dampfwalze. Ich bin über uns und noch jede Menge Sachen, ne? Ah. Nee. Hä? Na! Benni! Ah! Du siehst es nur hermachen, dann müssen wir mit dem Timing machen, ja. Ne, mach ich das? Ja, mach ich gar nicht. Das hat nichts mit mir zu tun. Nein, das ist nur, um das Inner hier umzustellen. Aber Lumi kann das Inner Holz da bewegen, zu 100%. Ne, das muss man trotzdem festhalten. Guck mal, ich muss es festhalten. So, komm. Na ja, wie soll ich jetzt da? Ich muss es festhalten, sonst geht das Mittlere immer runter. Ach, nee, Benni, Benni, guck mal, hier ist eine Wippe. Eine Wippe. Ja, das können Lumi ja besser machen, tatsächlich. Ja, Lumi, komm nochmal runter. Bist du noch nicht verabschiedet. Lumi, das ist eine Wippe. Schmeiß mal von weit oben in den Viereck, hier auf die andere Seite. Ja, möglichst weit rechts. Ja, ja. Physik und so. Ja, geil. Funktioniert ja gut. Vielleicht springen nebenbei, warte mal. Mach nochmal. Warte, man muss es halt wirklich... Warum machst du nicht einfach ein Gravitationsfeld da oben hin? Weil es nicht mit einem Arme machen kann. Naja, das klappt nicht. Aus dem... Wo soll ich das Gravitationsfeld festmachen? Da? Links an dem Ding, was ich da... Wo du... Ich brauche... Ich brauche einen Gegenstand auf der Höhe von dem... Ja, links, links oben. Jetzt... Da ist ein... Was, was vorguckt. Ahhhh... Äh... Ich dachte immer noch ein Kaffee. Jetzt kannst du sogar... Glaub ich hoch auf das Ding, oder? Selber und dann von da aus... Wo du springen? Da war ich schon... Und von da aus... Mit Hilfe kommst du jetzt da ran. Ähm... Ja. Da oben ist noch eins oben drüber. Oben drüber? Da komme ich aber so nähen. Oh, warte mal. Warte, 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 warte. Hahaha. Ich hab was gefunden. Hä? Ich wollte einen Hebel benutzen. Ja. Komm, Benni. Mach du doch. Du musst da hoch. Mach du doch. Zack, und ich lube hier. Genial. Ich halte hier, ja. Ich bin der Krieger. Ich bin nicht der mit Köpfchen. Mit Köpfchen sind ihr beiden Bändern. So, da drüben ist was. Und wie soll man jetzt da hinkommen? Mit ner Flank. Das ist doch jetzt übrigens ausgefahren, und damit du links... Ja, ja, aber du kommst ja nicht rüber mit nem normalen Sprung. Ne, aber du kannst doch auch das Gravitationsfeld jetzt dran machen. Kannst du das nicht auch an so'n Ding, was Lumi hält, das schießen, das Gravitationsfeld? Dann kannst du das in der Luft planten, oder? Nein. Okay, geht nicht. Ja. Warte, 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 warte. Hab es, hab es, hab es, hab es. Moment, wie ist es hier? Komm mal hoch. Nach oben hin ging, aber nach unten ging, komischerweise nicht. Der Tor ist trying. Wo will er hin? Beeilung, los. Wir müssen die Mauern beschützen. Komm, wir hier. Ähm. Ja, ich bin der Gegner. Ich bin der Eisblock. Ja, ich bin der Eisblock. Ich glaube, ich habe ja was, was du machen musst, Lumi. Hm? Wie seid ihr hier rübergekommen? Und jetzt erstmal da oben gibt es ja noch Dinges. Hier liegt aber was rum. Ich mach's, ich hab's schon, alles gut. Das הגelt. Ok, geht. Okay, geht weiter. Okay. Huiiii, die Julii! Buuuii, was soll ich jetzt machen mit dem? Alles gut, ich habe es selber gemacht. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich werde mit der Gegend gehauen, bis es richtig gepasst hat. Buy, 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 buy. †- Commissioneren, Bist du jetzt rübergekommen? Ich konnte, halt fliegen mit meinem Schild, ne. Ach so. Ha 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 ha! Wie kam der hier so... So geil aus. Du biensst doch diese Planke und fällt im gleichen Moment nach unten. Ich glaube, es ist kein aktives Getrolle. Es ist einfach nur... Wir spielen halt so. Wir spielen. Denkt jemand, wir trollen mit unserem Gewahr? Wir haben geschrieben. Es ist ganz schön anstrengend mit dem Getrolle. Es ist kein aktives Getrolle. Wir sind einfach unfähig. Das ist ganz schön traurig, ehrlich gesagt. Kannst du mir jetzt mal so ein Gravitationsfeld dahin machen, was ich irgendwie rüberkommen kann? Kannst du doch einfach unter mich machen. Mach's doch unter mich. Da muss ich doch nur reinfliegen. Oder kann hier ihre Planke... Nein, direkt hier, wo wir draufstehen dagegen. Was ist denn falsch mit dir? Das hast du nicht gesagt. Nee, das hast du nicht gesagt. Aber ich komme von unten vielleicht dran. Huiiii. Moment. Da kommt Benni nach drüben. Du kannst jetzt die Planke doch in das Gravitationsfeld packen und da drauf springen und von da aus weiter. Aber ich kann keine Planke im Gravitationsfeld. Selig, ist das immer noch Getrolle? So wie du jetzt aufregst? Im Gravitationsfeld noch? Das ist jedenfalls noch nicht. Das sind wir neu. Ähm, nicht zu tief. Da kann ich jetzt schon sagen, ich muss weiter hoch. Und jetzt rein die Planke nach oben. Ja, das ist doch ungesprochen. Du bist echt Felix, Alter. Okay, das ist aktives Getrolle. Aber Felix, ich brauche mir keine Feinde mehr, ey. Nein. Sei wo? Ich wusste, dass die so weit nach unten weg geht. Ja, Impulserhaltungssatz. Die hat ja keinen Fall-Dingens mehr. Lumi, du springst einfach von links ab, anstatt diesen komischen Luftstrom zu benutzen. Nee, wenn hier wirklich physikalische Dinge herrschen würden, ne? Also physikalische Gesetze, dann gäbe es keinen Antigravitationsfall. Lumi, springe ab! Was? Recht! Ja, aber das geht so ordentlich, warte mal. Felix, Stefan! Warte mal, gib mir doch einfach mal den Zauberer, dann halte ich die vor der Planke. Nein! Aber das ist ja so viel einfacher, wenn ich die Planke halten kann. Und ich brauche ja bloß ein Eckchen drin sein, ja gut, dann. Guck mal, hui! Da haben wir es geschafft. Da haben wir gerade so einen Rock gucken. Das ist so eine Kiste. Ach, schön. Kommt zur Pennys Bäckerei. Sammler Gedicht statt Sammler Gemälde. Für künstliches und Nascherei. Die Kuchen werdet ihr genießen. Die Torten lassen euch zerfassen. Oh, warum laufen immer schon weiter? Was? Ich bin bloß nach links gelaufen, ganz chillig. Ehh, da kommt noch mehr. ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-mami! Aua, ich bin tot. Mami? Wenn man das jetzt hier noch ... Achso, da oben ist was! Leute, der hat die ganze Zeit rumlabert, wenn ich mir das Gedicht anhöne, mutig mich in der Zeit und ihr lauft irgendwo anders in der Zeit hin. Ja, und ich hab dreimal gesagt, da links ist noch was! Ja, weil ich gemutet war im Moment, weil ihr reingelabert habt, ihr das Gedicht. Ich glaube, Felix hat so viel Shisha geraucht heute. Wie gesagt, ferns andere Sachen geraucht, so wie der gerade abfährt, ey. Der kann nicht mehr spielen. Glastflash. Mein Pau. Lumi, da will jemand in deinen Popo rein. Was? Ja, der hat dir grad nen Popo gepiekt. Ah, schön. Ja, der hat dir eindeutig in den Popo gepiekt. Äh, tschüss. Mein Arsch bleibt Jungfrau. Ja, Boblin. Lass den Kobold dort, lass ihn verbrennen. Der macht den Boom da. Der hat den Boom gemacht. La Boom. Ja, man kann nicht in den anderen Tabak reinmachen, ne? Also, Tabak. Es gab, äh, Zitronen... Zitronenkuchen gab es. Ah, Zitronenkuchen nennt man das heute. Okay, das hast du gebrochen. Ja. Oh, wir haben einen Checkpoint wieder. Schön, Christus. Das müssen wir schon mal organisieren. Moment, Moment. Ich fürchte, ich fürchte nicht. Warte, 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 warte. Kann doch nix machen, Mann. So drauf, ist ja nichts mehr. Jetzt komm ich hier nicht mehr hoch. Das ist natürlich doof. Irgendwie freue ich noch eine Kiste hier drauf. Wo wir grad drauf stehen. Sonst komm ich... Aua! Sonst komm ich nicht mehr hin. Nee, die muss stehen bleiben. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich hab Ansprüche, aber... Nee, die muss wirklich stehen bleiben. Die ist zu klein, die Kiste, auf der es stehen soll. Reste doch. Ja, ich bin ja schon dabei. Warum nützt es überhaupt die hier und nicht einfach meinen? Weil die da oben waren viel schwerer als... Also wenn du jetzt auch oben willst, dann mach ich nix mehr. Die hier ist viel schwerer, die wir hier haben. Komm doch einfach mit mir hoch. Willst du mit mir gehen, willst du? Willst du mit mir gehen? Immer noch. Die, die wir hier haben, ist viel schwerer. Die hab ich extra drauf gemacht, damit das die andere Seite oben ist. Du wirst es nicht schwer genug kriegen. Ah, vielleicht doch. Aber du könntest einfach einen Turm bauen, anstatt die ganze Zeit... ...Kopffläche zu machen, ey. Dankeschön. Dankeschön, dass ich mitkommen darf. Perfekt. Vielen Dank. Auf geht's. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ja, ich fühl mich auch recht wohl bei dir. Oh oh. Oh oh, hier geht's ja ganz schön weit weg ab. Ja. Dankeschön fürs Wiederbeleben. Also sind noch Sachen oben, oder? Ja, ich glaub. Deswegen bin ich die ganze Zeit am Schwingen. Aber jetzt versetze ich an Müll für mich. Schwing dein Ding. Ja, schwing dein Ding. Bam. What the heck? Ich glaub, du müsstest du in der Geplanke da drauf packen. Ich bau gar nix mehr, wenn du so ass hättest du mir. Ich mach gar nix mehr, wenn du so zu mir bist. Aufzug! Warte. Lumi, ich brauch dich mal hier oben. Warte. Lumi, ich brauch dich mal hier oben. Komm mal kurz mit, bitte. Ich will erstmal das Feuer löschen. Ich will erstmal das Feuer löschen. Ich glaub, man muss das vorher erstmal weiter nach... Ja, oder so. Nö, alles gut. Ich weiß nicht, wenn du weiter... Nee, ein Stück weit nur nach links. Nee, das geht nicht weg, das ist Hintergrundfeuer. Meinst du? Ja. Lumi, dann brauch ich dich jetzt mal ganz kurz hier oben. Ja, lass es auf den Kopf fallen. Lumi arbeitet mit Köpfchen. Lumi, hier. Hier drüben. Schön, wir haben Banny umgeleitet. Ja, schon. Wir brauchen da ein Brett. Wie du grad gemerkt hast. Halt euch trocken. Hier, ich bin der Regenschirm. Hier, am besten längs auf dem Ding da drauf, genau. So, so, perfekt. Ja, ja, in meinen Sprint. Perfekt, ja, lass fallen, lass fallen, lass fallen. Das glaube ich auch. Kann ich da hochschieben? Boah, ich fall einfach runter, wenn ich sprinten will. Das ist ja cool. Naja, Banny, ich hab's doch schon geholt. Ich hab so'n Gegner. Ja, gib mir mal, lass fallen. Oder jetzt nicht mehr. Nee. Oder jetzt nicht mehr. Banny, hast du, oder kommst du, oder? Ich komm da halt nicht von alleine hoch. Ich komm so nur rüber. Habt ihr da oben noch was? Tschüss. Nein, da oben hatten wir alles. Kann ja immer nur einer da drauf. Da oben ist ganz viel. Da unten auch. Jo. Das war ja nur Fake. Ganz unten auch. Das war nur Fake. Ach, von der anderen Seite. Das war nur Fake. Ups. Oh, Moment mal. Hä? Wir müssen von der anderen Seite da runter bauen. Ja, aber da war doch grad was unten drunter. Oh Gott. Ich bin blöd. Ja. Das fragst du noch? Ich hab nicht gefragt. Das war eine Feststellung. Aber da war doch grad was unten drunter. Bin ich doof? Da war doch grad Stein unten drunter. Kannst du mir was unten drunter halten, Lumi? Damit ich dann da... Wer das drunter holen kann? Äh, ich komm nicht so tief runter, glaub ich. Doch, so. Danke. Und was mit der anderen Seite? Die müssen wir von links machen. Ja, guck mal auf. Die muss ich wirklich ran. Äh, von rechts mein ich. Äh, von rechts mein ich doch. Das ist andere links, ne? Könnt ihr bitte warten, dass ich mit dieser... Ja, aber die Jägerin hat doch in ihr das Gravitationsfeld. Dann geht das doch safe. Ja, was soll die das mal machen? Oh Gott. Oh Gott. Du solltest vielleicht warten bis... Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, wenn du da reinschwingst, ist ein bisschen problematisch. Jetzt, hops. Was hops? Naja, du bist da drinnen. Ist alles okay. Und? Oh, warte mal. Hier ist was. So, was hier unten? Hier, du musst hier irgendwie runterschwingen. Sonst wirst du das brauchen, um an die Dinger zu kommen, an die Bonus-Sachen. Du musst so irgendwie rum und musst noch ne Wand kaputt machen und... Schwierig. Oder... Du musst das Gravitationsfeld weiter unten machen, glaube ich. Und dann... Brauchen wir ne Planke von Lumi, dann kann ich meinen Hammer da werfen, wenn ich auf der Planke stehe. Nene, ich hab die Feuerfeile, die machen ja dasselbe wie deins. Aber du kannst nicht schießen, während du hängst. Ja. Jetzt muss bloß jemand mich nochmal wiederbeleben kommen. Das war nicht so erfolgreich. Insgesamt. Also du musst ja gehen ohne zu sterben. Ja, ich komm nicht mal bis dahin. Guck mal. Kann das nur von der linken Seite. Von rechts kann ich nicht da rüber springen. Ich bereite schon mal alles vor. Ähm. Soll ich jetzt da rein sprinten? Weiter unten, Felix. Pack doch das... Oder häng ich einfach nur dran. Du kannst ja doch dranhängen, jetzt wie du willst. Oh, guck mal, ich hab ein Levelaufstieg. Oh, nein, 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 nein. Nicht, nicht. Ich hab Schiff gedrückt. Ich hab Schiff gedrückt. Oh, Leute. Ich hab Schiff gedrückt, Mann. Ich hab Schiff gedrückt, Mann. Wir machen Widrigh-Herstellungspunkt, Lumi. Nein, ich will nicht sterben. Vielleicht im Xbox angeschrieben. Okay, dann. Ich will, dass jemand hier das Ding jetzt kaputt macht, wo ich mich selbst eingesperrt hab. Du kannst das Ding das selbst kaputt machen. Ja, aber warum denn? Dafür gibt's nen Tastaturbefehl. Guck in den Einstellungen nach. Ach, scheiße. Hör, Hilfe. Ich hab ja auf, dich einzusperren. Wie wärs? Ich wollte eigentlich hier mir ne Brücke bauen. Was? Das war deine eigenen Sachen, ja? Du warst unter mir, das war deine eigenen Sachen. Ah! Felix, hier sind noch Sachen. Ja, ich bin leider schon zu weit. Lumi ist auch schon wieder viel zu weit. Ja, weil ihr mich wiederbelebt hast. Du hast mich hier wieder... Wir können nicht so schnell zurück. Lumi ist... Wir haben eine Kurbel da. Aber gut, dann kämpft ihr halt ohne mich. Okay. Geht ja nicht anders, Felix. Ähm, wie ist Ben? Wo? Oh, musst du jetzt auch noch zurückkommen? Ja, Benni, legst du noch Gegenstände? Ja, weil ihr eh den nächsten Checkpoint habt, wenn ihr nicht mehr zurückkommt. Doch, wir kommen wieder zurück, wenn du jetzt mal da weiter machen würdest. Hui! Wir brauchen mal einen größeren Stapel. Oh Gott. Warum machst du da nicht einfach ein Kapitationsfeld da wo? Und ich mach euch ne Planken rein. Wir brauchen gar keine Planken, glaub ich, oder? Du kannst einfach so hoch springen. Die Planken ist erst nur im Weg. Dann mach ich doch einfach... Dann mach die Planke doch einfach mittig hin. Ich wollte sie ja mittig machen. Kommst doch einfach hoch. Ich bin nur gesprungen. Nichts anderes. Weiterspringen. Felix stirbt erst mal. Doch zu viel geraucht heute. Wie bist du hier hochgekommen? Ich bin einfach nur gesprungen. Das lässt Lumi da rum. Das ist nicht witzig. So, hier, unter mir ist hier so ne lockers Ding, das muss weg. Hier, vor mir. Da. Du stehst drauf, Lumi. Ja, so geht's auch. Hui! Ach, Benni ist gar nicht umgekommen? Nee. Oh, diese Trauer ist irgendwie gar nicht umgekommen. Schade. Nachricht ist der still. Soll ich euch denn noch irgendwas machen? Nee, schaffen wir so. Danke. Willst du nochmal weiter? Äh, müssen wir nur noch irgendwie hoch? Das ist ein bisschen das Problem. Stell das Ding doch einfach gerade. Ich seh euch ja nicht. Ich weiß gar nicht, was euch nützt. Oh, hier ist ja was zum draufstehen. Okay, dann kommen wir her. Das haben wir uns alles da unten. Sehr schön. Ich hab mir jetzt nen explodiven Hammer gekauft und ich weiß nicht, wie der geht. Ja, läuft! Das war mal ein Instant Shot. Und das, was im Tor... Mein Instant Shot. Du gib dem Sturmhammer Flächenwirkung zu. Tschüss, Benni. Du machst das schon. Wenn Ben gelesen hat, was sein Hammer kann, sind wir schon weg. Das ist das Spiel schon vorbei. Ich weiß nicht, was mein Hammer kann. Der Brenn weiß, wo der Hammer kann. Ja, Benni, du weißt nicht, was dein Hammer kann. Ich muss schon ein bisschen üben mit. Das ist zweideutig, das ist sehr klar, oder? Und man kann es damit? Ich glaube, er echt auch geht das gewissen bisschen. Benni, das hat sich zweideutige Sachen gesagt. Naja, zweideutig war das nicht gerade. Rechts unten ist noch was zum Aus, aber ich kann nicht. Ich muss das von oben machen dann. Der stimmt. Können die uns gestern die Kobolde? Ja. Nimm mich mit! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Ist Blominatorblond? Äh... Da... Da... Weiß ich nicht. Hast du das Blominatorblond? Bitte was? Bei mir wird gefragt, ob du Blominatorblond bist. Bist du Blominatorblond, Lumi? Das ist eine Unterstellung des Blominatorblond, immer dumm sind was. Worauf diese Anspielung hinauslaufen soll. Numi, kannst du das Ding mal hier einquetschen? Ich kann nicht. Ich kann unter Wasser nicht saubern. Warum kannst du... Schmeiß mal hier was rein. Also von... Vom Landwärts. Kommt man da... Und... Ist da hinten noch irgendwas? Dann wäre es nicht schlimm, aber auch nicht sauber. Wenn ich hier unten gehe? Nö, das geht auch nicht. Nö, das geht auch nicht. Nö, ihr könnt es hinschieben oder was? Ja, Chris, du kannst dir bestimmt Tricks von meinem Hammer beibringen, aber... Ich glaube, ich übe mit dem einfach alleine. Oh, guck mal. Geh doch. Na? Perfekt. Seht gar nicht, weil das Problem war. Ach, nicht auf eure... Luft oder so? Naja. Wird schon passen. Oh, die zu quetschen ein, nein. Au, ich bin tot. Die quetschen ein, nein. Ja, die quetschen ein, nein. Der Lupi ist auch tot. Der Lupi ist auch tot. Ja, wenn ich die achten, wo es nur ausschaut. Ja, die Luft fällt nichts das Problem, glaube ich, an der Stelle. Ja, eben. Die Umfang sind aber nicht hier allein, oder? Doch, ich hab doch Hammer. Hammer. Ha, a, a, Doppel, L, e, e. Hammer, yeah. Hammer. Hör mir, Mama gibt es keine mehr. Außer dir und Mama gibt es keine mehr. Ja, ich weiß, nicht versprochen, aber ich bin der Frau. Ja, ich weiß nicht, ich versprochen, aber ich bin der Frau. Jetzt brauch dich wohl umbringen lassen, Benni. Ich will mich aber nicht umbringen lassen, hoffangen. Tja, hättest du das jetzt mal nicht gesagt, hättest du das alles als Taktik verboten, hier? Wann sind hier mit dem... Wer hat'n das gemacht? Wollt ihr hier die Dinger noch holen? Ich will eigentlich das da oben. holen kann ich auch und links rechts oben unten ja das war eine pflanzleiste ich weiß nicht so richtig weiter hochkommt ist so ein bisschen mein problem strahlt ja gar nicht nach oben wir brauchen gravitationsfeld wasser auf wenn das gravitationsfeld macht kannst du bitte das ding danach ich bin ja die ganze zeit mit einem schwerkraft machen aber irgendjemand hat da eine planke vergessen die flanken planke ist nicht mehr da die weg gemacht naja muss ich das ding jetzt hin du kannst du nicht in die planken schießen und ich muss ja auch auf die planke kommen also so hoch kriege ich das nicht mama lumi weiter nach unten getroffen dass er eine kriege ich so oder da steht oben ja das weiß ich ich glaub ja und ich hab nichts anderes gesagt das kannst du doch an die planken schießen guck mal so noch mehr die planken natürlich immer genauso schön ab dass man da auf jeden fall hier oben ist nichts mehr wir können weiter oder scheiße können ich bald mal wieder tauschen vielleicht ist ein zauberraum zu gehen vor allem wenn du jetzt müsst ihr langsam alles so ziemlich gelevelt haben oder die wichtigsten sachen von den ganzen charakteren also ich hab noch nicht alles gelevelt zumindest noch nicht den zauberer ich bin gerade mal bei meinem bei meinem dinge zurück ich hab bald alles von alles klagzehlich guten noch tschuldigung und nacht und nacht vom zauberer habe ich jetzt bis auf kobold also monster kerker und mit halben habe ich schon hüpf schimmel auch auf jeden fall oder warte mal ich kann ich hier wieder nach oben ja aber irgendjemand muss mir dann von der anderen seite ja warte so kommt lumi oh hier kann auch sachen drehen ich hab das schon noch moment lumi ja wenn du den anderen meinen Namen sagst macht das keinen unterschied doch doch dann machst du das schneller lena ich glaube irgendwann teleportiert bin ich noch weiter laufe schöne sache ich komme unter zu euch ich habe angst ich gehe hoch passieren würde ich durchlaufen du bist zu dick du unterbrichst mal wieder den luftstrahl wenn ich hier hoch fliegen würde wenn du da reingehst unterbrichst sehen wir mir wenn ich mit dir schmeicheln wollen würde ich nicht mit dem bändler vierter gespielt nein nicht tun geht es rüber hat geschafft achtung wird noch scharf geschossen hier oben geht es nach oben auf dem balkon ist noch was oben links oh oh wer hat mich jetzt gepiekt hey cool denn da oben ist das für ein kanonentypi tschüss die ruhe habe ich alles sehr gut ich habe den schalter umgelegt ganz toll für den rest habt ihr zuständig warum ist jetzt auf der anderen seite nichts mehr los bei lumi muss das gewicht machen das ist nicht der schalter das ist das gewicht ist eine waage und so ich weiß nicht warum lumi auf das niedrige springt warum ist jetzt da diese klappe da weg ist die kann nur die eine klappe machen ja mach mal die andere klappe ist der schalter der an der wand ist da muss lumi dann muss das ding nach oben ja du musst was gegen die wand drücken rechts damit dass der mit zweite die zweite klappe damit er hochkommt tadaa auch ich wollte nicht wechseln frage ist wie wir jetzt hochkommen ja ich gehe hier rüber und ziehe euch mit ne du könntest unten ein gravitationsfeld machen dann bleibt dir hoch an dem still so ja stimmt ganz generell an die beiden dinge ein gravitationsfeld machen dann bleiben die dinge oben ne ja wenn das gehen würde die fliegen wie gesagt einfach durch ist ja fies ja kann sie natürlich nochmal auf eins Ja, so geht's doch schon. So reicht's doch schon. Was kannst du hier drauf? Mach doch. Okay. So dachte ich, wenn man draufkommt. Wui! Ich würde sagen, du hast verloren. Ich geh ja schon wieder runter. Ich mach den Schal da. Hättest du? Wenn das dann hochgeht, geht das so. Ja. Jetzt bleiben die beiden Dinger halt oben. Jetzt können wir da drauf. Weil jetzt gehen die nicht mehr runter. Auch wenn der Schal zurückgeht nicht. Oder zu bespät. Ja, nicht so schnell.